Was gibt es wirklich? Internationaler Männertag und Welttoilettentag. Was bitte eine ganz tolle Einrichtung ist. Tatsächlich geht es darum, dass man vor allem in Ländern, wo es sehr schlechte Toiletten gibt, gescheite Häuseln hinbaut, weil nämlich die allermeisten Kinder auf dieser Welt sterben an verschmutzten Wasser. Das ist jetzt nicht lustig, tut mir leid, aber es hat eine Welttoilettentag. Es hat durchaus einen Sinn. Und es ist toll, dass du durchgekommen bist, weil du kommst aus der Weststeier. Die Nachtschichten bei diesem Schweizer Online-Nachrichtenportal sind bis 2013 fix gebucht. Wie nochmal? Der Dienstplan bis 2013 ist fertig, weil alle Nachtschichten bis dahin eingeteilt sind. Weil sie so begehrt sind. Warum? Weil es kein Nachrichtenportal, sondern Nachrichtenportell ist. Alle Nacht. 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 Zahlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017